ja das stimmt man braucht man schon wirklich mal macht in unserem studiengang in der anwendung ja also so dass jemand zu der sagt ja mensch jetzt müssen wir ja aber mein integral lösen der kinder maschinenbauer aber schön dass wir es mal gemacht haben ich glaube selbst da müssen die keine integrale lösen zumindest nicht selbst aber anwenden ich muss kurz kotzen warte nehmen das dinge mit da ist immer was los ja stimmt könnte man das machen das macht mehr sinn als obwohl der pg ist alles so weit weg und stinger ist dafür beide was keine fahrzeuge ich sehe keine namens born stehen auch noch aber man könnte nicht direkt auf die spawnen oder und dann war es nur bei mir nicht ich sehe auch nicht ich renne auf den heli zu gleich bin ich da wenn er keine agent ist belegt ich wollte auch gerade schön sehr gut aber die sind erst später gespawnt die dinge und dann waren sie ja es ist als der counter weg war sind die fahrzeuge ein platz ist noch da da ich genau ich gehe direkt auf die mitte da auf die dann noch im griff alles gut da springt aber dann jetzt raus hier ich dachte ich krieg noch den bmp aber leider nicht ja fahr bitte weg weil so ein kackvogel ich fahr mal runter zu charlie ungefähr ja er trifft mich oder was willst du mich verarschen lebst du noch was uns weg machen ach da ist noch ein tank er hat natürlich sofort gesehen nicht weg laufen einer ist hinter uns und ein sniper sind es der sniper wir reißen uns zusammen ich bin doch tot da war irgendwas wie ist denn der bocker eigentlich meine fresse wirklich da legt man sich mit dem buggy an und dann kommt er um die ecke gelatscht kannst du ihn fliegen ne ich lass mal lieber das mit dem fliegen wenn das auto schon nicht klappt ne der fliegt da rein achso muss die schütze wirklich achso das ist so einer das ist so einer wahrscheinlich kommen sie gleich vom E hoch ja ich geh mal Richtung steig weil das ist geil halt warte auf mich ich hab eh gedrückt los also ich glaube los schau der war schon vorher tot und jetzt in die mine reinrodeln das wär auch geil steck mal lieber aus gleich die weibbahn nehmen komm mal hoch und leg dich gleich mit hier hoch ich will nicht unbedingt fliegen ich bin nicht so gut einer ist noch auf dem Feld und jetzt rein hier kommt auch noch was von unten irgendwo ich liebe diesen Squat hier weil dann irgendwann immer eine FB-Gere geht ja guck guck siehste raus alter was war das warum er fliegt noch los mit dem Ding er fliegt noch los mit dem Ding kein Problem los gehts scheiße da ist nur einer der sich ach den hätte ich jetzt reparieren können das ist immer das ist immer ein Problem dieser Spot ist einfach diese Karte ist einfach für den Arsch der bedenkt sich denn so ein Müll aus EA EA Challenge Iris eh schreckst du alter voll fast hab da noch einen Platz frei im Buggy ne 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 ah BMP ja ooooo ich bin da ich hab alles unter Kontrolle wo er auch lang fährt alter kann er nicht die Straße benutzen wie jeder normale Kackvogel auch nein nein fährt er da mitten durch die Walachei vielleicht fährt er da um in meine Minen nein vorher fährt er meine APD hin fährt sich mit der Gentleman abends hilft bei Kills fuck it hat getroffen gut dann lauf ich jetzt aber dann ist auch immer eine gute Ansage Patrick wo hin jetzt wo wollt er hin oben zu A ich mich umfahren ja A mal gucken wo mein Kollege hier entfährt auf mich bitten in dem Panzer oder so ist der dieb schneller als in der Seite wie ey ja die Antwort auf alles EA Mario Kart das war sehr gut oh nice ist der blauer nice wo wer wurde denn da überrollt sehr nice ich glaube noch irgendwas das ist nach dem BMP er dreht er dreht muss Dinger bei keine Minen mehr ohne kaum Säletchen oh oh also könnten noch ein paar mehr BMPs hier sein eigentlich ja das ist ja das ist die habe ich die habe ich Mensch ich habe ein BMP getötet das hätte ich jetzt nicht erwartet ach ach so ich bin da wo ist das erstmal zwei nach dem Launching zu lösen oh nein ich stehe über Patrick und sehe wie die Anti immer mit dem Geschütz auf ihn dreht und viel besser ich treffe das Ding nicht oder was hat der angemacht ja ja ich hasse diese Map hey lass mal Shiner Rising spielen wer hat das gesagt naja wer hat das gesagt ich habe das gesagt Aua tot weil man noch gilt wir können auch einfach gehen meine Fresse man scheint mitten in der Pampa und es steht einer hinter einem hä ist die Karte nicht groß genug nope äh Kampfheli naja ich habe übrigens bei dir Pascal ne hier zwei Mann und nochmal weggenutzt ja und war cool gleich nochmal haben Sunny mit da stellt alle wieder auf kann doch nicht so schwer sein einfach die paar drei Hanseln da umzulegen und da bin ich zu dran und da bin ich zu dran wo ist hier ist doch einer im Teufel drinnen oder was hat der Video drinnen ah hier wo habe ich das Achtung einer ist noch abgebrochen hier ist ein Toto hier doch nicht hinten aber da kommt einer hoch der zerschießt mich da ist mindestens noch einer fast tot unter der Brücke kämpft und noch einer rum naja der kippt jetzt ein bisschen mein Gott so sind da einer hallo hallo ok alle weg wohin laufen wir zuerst hier ist ein Sniper wow warte ich nehme ja genau ja da ist für schon eine andere Halten gestiegen ja ich habe äh ich sehe da auch schon BMP auf den Zü mein Weikpack mein Weikpack ich habe keine Zeit sicherlich nicht um einen Lauf zu stellen oder nicht also am sichersten also am sichersten die haben vorbeigefahren am sichersten ist hier immer noch an einem Panzer zu sitzen wirklich ja aber ich möchte nicht überlaufen vielleicht kommst du jetzt mit oder nicht ja doch haupt die Hunde zu hat der kann der überhaupt was wie fährt der denn fahr doch einfach geradeaus Jogger alter oh Mine geil ja oh Mine ist weg ich bin nicht gut ne tue ich bin nicht weg ich bin nicht weg komm Feli noch was ich mache oh ich bin vor und wer will hinter dir hinter dir hinter dir ich brauche Beifahrer komm doch hinter dem scheiß Felsen vor er wirft C4 jetzt ist er hin was brauchst du Beifahrer? ich bin nicht weg allerdings ja jetzt geht es hier aber ab jetzt sehe ich hier natürlich die Miene mich ist hier noch die Ecke kürt ihn 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 alter was war denn das bitte wie kam das her? kam das her? 1 1 Enten 2 Fahrzeuge bei A das ist mein Sterne kam Feli wichtig die ist noch nicht auf ihn wenn wir weit weg sind Naja ich bin nur meinst du Das ist in deiner Position ein einziger Helikopter! Nehmen wir an, das war mein Zeichen. Wenn du dir sicher bist. Ja, weil es kommt raus. Komm um die Ecke, komm um die Ecke, das krieg ich noch. Komm um die Ecke? Ach Gott, dann kommt da von irgendeiner anderen Ecke eine RPG geflogen. Das kann nicht wahr sein. Bei C steht die Anti-Air, ne? Bei A steht auch eine, sehr geil. Ich hab hier mal richtig ausgeglichene Stats. So eine Scheißkarte. Ich werd hier fest genagelt. Mein Gott! Zwei Sekunden später, dann hätte ich oben auf dem verdammten Hill weggemacht, dann hätte ich auf die Tür gucken können. Nein! Es kommen sofort gleich durch die Tür gerannt. Ah, knatzt. Der Patrick runter, der ist übrigens die Helle los. Fahrzeug. Was? Wir schaffen ja nicht. Da ist Infanterie. Siehst du dich? Das kann doch wieder nicht fahren. Ich muss jetzt warten. Was? Warte. Halb runter geschissen. Okay. War gut jetzt. Noch ein Schuss vielleicht? Von E kommen wieder welche hoch. Ja. Einer versteckt sich da hinter dem Stein. Irgendwo Sniper hat wieder einer. Hm. Mist. Pender. Direkt überlebt, Alter. Geil, dass ich auch im Staub bin. Ich dachte ich krieg ihn nochmal ein bisschen hoch vorher. Aber dann irgendwie hängen geblieben da dran. Und dann fällt er wie ein Stein runter. Das war eine gute Formulierung. Ich dachte ich krieg ihn vorher nochmal hoch, aber... Da steht noch einer. Da ist ein feindlicher Panzerwerk. Höchst nicht in der Position. Da steht noch einer. Da steht noch einer. Bei. Hier an dem Bett. Äh. Fahrzeug. Da haben wir Infanterie. Weg hier. Sniper von wo? Oh. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ist der voll ausgestiegen? An welchem Zaun? Da wo die Infanterie gerade erschossen hatten, oder? Äh, ja. Also da, unten am Zaun. Das ist doch ein Infanterie. Das ist aber ein Reifen. Aufsicht. Nicht auf dem Radar, wenn die ballern. So gefahren. Bei. Ah da, ich seh's jetzt. Ist der markiert, oder wie? Ich will nicht leben. Einer lebt noch. Ich hab den ohne Granate. Ja. Sicher. What? Ähm. Hallo? Die Frage ist, von wo kam das gerade? Ah ja. Von da. Ja. 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 Von den einer ich gerade runterholt. Den zweiten hole ich jetzt gleich runter. Das hat doch freut mich. Alles über die Luft ab, ja. 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 Denk ich aber auch. Nur weil du keinen Laseraufsatz hast. Oder so ne Scherze kannst du mit ne... Ah! Nein, wir nicht treffen! Oh! Oh! Wo kommen denn die Leute hierher? Ja! Wo kommen die her? Warum töten die mich, wenn ich bei dir spawne? Wo sind die auf einmal hergekommen? Ja. Sniper und dann spawnen die da. Scheiße. Was ich an Flüssigkeit verliere, weil ich mich hier so aufrege. Du kriegst es nicht immer in die Hose machen. Oh ja. Da ist die bei. Da ist die bei. Ja. Da ist die bei. Ja. Sehen wir gerade. Boah, das war knapp. Nein, der hat sich noch gefangen! So ein Lack... So ein Lacker, ey. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Lacker. Ja, Lacker. Genau, Lacker wollte ich sagen. Sag ich doch, also. Hinter dir kommt einer. Hinter dir ist Infanterie... Warte mal, was wir sehen hier eigentlich. Verstehe ich eigentlich. Was eigentlich nachgekommen. Also gar keiner, den wir kennen. Okay, sie. Da kommt die Viper wieder. Sie sieht natürlich wieder nur mich. Es kann doch nicht wahr sein. Warte, 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 nein! Ich packe hier gleich die verdammte Stinger ein, Alter. Und wenn ich die Stinger eingepackt habe, sehe ich wieder nur Fahrzeuge.